Hi Sohn, wie war die Mittagspause? Spatter! Selbst nicht! So, ich hab unsere alte Mitarbeiterin gefeuert, unsere alte Sekretärin. Ich weiß schon, die sieht einfach merkhaft tief aus. Das fehlt doch nicht. Aber gut war es auch nicht. Die konnte tippen, die Tipps. Die konnte tippen. Ich hab die Leute eingestellt. Nee, ohne mich zu fragen. Das geht nicht, du bist mein Untergarten da. Wie ist denn die eigentlich? Du bist mein Untergarten da. Du bist mein Untergarten. Kuchen, wo? Wie ist denn die Tust? Ich hätte mir mehr den Nagel vorhin. Oh, die sieht gut aus. Kann ich dir auch mal ausleihen hier? Will ich mit der Hohenhausen oder den Dägen weg? Und Janne, finde ich es. Moment, geht wohl. Das ist unsere neue Mitarbeiterin gefeuert. Wie heißt du da? Marianne. 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 Marianne, ich bin der Karl. Sech dich doch mal. Karl. Komm her. Herr. Stückel doch. Zeig dich mal, du bist aber hübsch. Vater, benimm dich. Ich bin dein Vater. Ich hab dich zu machen, wenn ich's will. Pass mich nicht an. Ich bin dein Sohn. Ich bin dein Vater. Das funktioniert gut. Jo. Ich bin dein Vater. Ich schreit doch nicht so massiv. Guten Tag. Ich bin der Karl. Ich bin der Hans Dietmar. Ich bin dein Vater. Die scheiße Winkelpät. So, wie alt sind sie? Sechundzwanzig. Ich hab' ein ältes Frühstück. Ich weiß ja, es ist ja schon halb verfault. Und wie alt sind sie? Ja, ich schätze mich. Nix falsch ich sage. Achtzig? Das war ein Schätzverlangen. Herzlichen Humor, das muss ich lassen. Ja. Ich bin 35. Okay. Du musst nicht immer lügen. Natürlich. Okay, ich bin 60. Ich bin aber nicht alt. Ich weiß nicht, was du machst hast. Ich, und ich bin, ich, rate es einmal. 80. Vater, du bist mein Vater. Weiß nicht. Ich schätze mal 40. Ich sprenne jetzt. Nein. Mein Sohn ist 35. Aus, ich verstehe wohl eher zu mir. Was? Gucke sie nicht so entsetzt. Jetzt geht's an die Arbeit. Ja. Mann, die Arbeit. Oh, hat sie aber einen hübschen Arsch. Au. So. Vater, was möchtest du denn? Siehst du alt? Dann feier sie. Ich hab dir noch gesagt. Die Alt war am besten. Ach, du muss nicht etwas Bescheres Stunde. Die Alt sind nicht ganz schnell im Kimm. Ich, Könige. Wer wollte nicht echt reinfahren? Wer wollte dich echt reinfeuern? Ich, ich muss entspielen. Oh, das Schwert! Geh es hinaus! Was schwebt!